Musik Hi Evel, bist du bereit? Ja, ich habe schon auf dich gewartet. Es ist schon cool, dass wir direkt vor dem Haustür zur Piste fahren können. Komm, fahren wir zuerst ein paar Mal am Lorzellicht. Okay, es ist eh besser, dann müssen wir nicht anstehen. Musik Und jetzt mit dem Pult-Lift zur Himmelschanz. Trauscht du dir, Emil? Was denkst du denn? Musik Und jetzt mit dem Pult-Lift zur Himmelschanz. Musik